Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Infovideo, denn morgen am Freitag, dem 23.09. um 21 Uhr ist es wieder soweit, unser Wunschkanal geht wieder on air. Dieser mit den aktuellsten Hits, ich habe wieder neue, neue Lieder zusammengesucht, auch das Design hier wird sich alles noch etwas ändern, ich bin gerade noch dabei und ja, ich würde mich wieder freuen, wenn ihr am Freitag, also morgen, dem 23.09. um exakt 21 Uhr einschaltet auf www.floriundluki.tk.de Bald wird es sein www.floriundluki.tk.de Aber jetzt noch floriundluki.tk.de Oder halt laut.fm Schlecht floriundluki Leider kann ich diesen Namen hier auch nicht auf Platanix umändern, aber ich werde hier den Titel, den werde ich umändern, natürlich. Also ich freue mich, wenn ihr am Freitag, also morgen endlich mal wieder dabei seid, ihr dürft euch wieder hier im Chat kostenfrei registrieren. Wenn ihr immer mal ein Genre kommt, einfach mal im Spamordner schauen oder im Posteingang suchen. Suchen nach Discus, das wird D-I-S-Q-U-F geschrieben und dort sollte dann die Beschädigungs-E-Mail dran sein und dann einfach hier ein Lead wünschen. Zum Beispiel Colt, Colt Play, Up & Up Und dann einfach auf Absenden und dann klicken und schon kommt euer Wunsch dann zu mir. Dieser kommt dann ins Radio und jeder hat was davon. Gerne dürft ihr auch an eure Freunde schon mal sagen, dass ich morgen live bin, beziehungsweise am 23. um 21 Uhr live bin, damit ihr mehr Zuhörer kriegen, damit es hier alles besser wird. Zum Beispiel jetzt kommen neue Lieder, ihr müsst euch das gleich hören, was ihr vorletzte Woche schon gehört habt. Es kommen mehr Lieder, es kommen bessere Lieder, es kommen Lieder, die ihr noch nie gehört habt. Und es kommen Lieder, die sich sehr gut anhören, die euch auch gefallen. Und so habt auch ihr als Hörer etwas davon. Also ich würde mich freuen. Morgen 21 Uhr live.